So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Minus, das PvP-Format für Leute, die nichts dazulernen möchten, aber einfach mal gucken wollen, was der Ramses so macht. Ich habe heute nicht meinen Account mitgebracht, das ist der Account von Pupsi, die ist ja jetzt auch hier Level 50. Wir haben letztens mal eine PvP-Folge gemacht mit Pupsi, da mussten wir noch ein paar Trainerkämpfe machen, dass wir auf Level 50 kommen, das haben wir dann gemacht. Und was ich nicht wusste, es gibt ja eine Spezialforschung bei Level 50, in der du auch kämpfen musst. Jetzt hat Pupsi hier so viele offene Sachen, weil die halt einfach immer nichts abschließt, deswegen drückt man das jetzt einfach mal durch und haben hier die Level 50 Herausforderung. Gewinne 15 Trainerkämpfe in der Go-Kampf-Liga, das wollen wir jetzt heute mal machen. Da hat sie mich nämlich gefragt, ob ich das vielleicht mal bei ihr machen kann. Sie kann das ja immer nicht und sie weiß immer nicht, was wie wo. Ich habe jetzt hier, weil mein Haupthandy ja immer so lahmarschig ist, extra das neue Samsung, was halt an sich nicht neu ist, aber für mich neu ist. Das will ich jetzt mal testen, gleichzeitig, das müsste ja eigentlich jetzt total flüssig laufen. Aber irgendwie habe ich eben schon gemerkt, dass das schon wieder hängt. Also war vielleicht doch nicht so eine gute Investition, ich weiß es nicht. Pupsi hat auf jeden Fall noch nichts gemacht in der GBL, die ist hier Rang 1, die war letztes Mal Rang 10. Hier seht ihr 0-0-0-0-0, keine Ahnung. Rang 10 musste ich ihr ja erkämpfen. 26 Siege bei 47 Kämpfen. Naja, jetzt sind wir momentan ja immer noch in der Superliga. Ich möchte mal gucken, ich möchte heute so lange kämpfen, bis ich diese 15 Siege für Sieg geholt habe. Deswegen fangen wir direkt mal an, gehen wir hier drauf, nichts wie los, in die Superliga. Und habe hier wieder ein Team zusammengestellt. Das ist dasselbe Team, mit dem ich momentan bei mir jetzt auch spiele. Also das Dioxys und das Azumarill habe ich ja sowieso die ganze Zeit schon drin. Normalerweise habe ich noch ein Registil. Das Registil habe ich jetzt ausgetauscht gehabt und habe ein Lucario rein. Dafür habe ich Dioxys nicht mehr in der Führung gehabt, sondern dann Lucario mit Steigerung 7 zum Schilde rausloggen. Was total dumm ist, denn sobald ein Pokémon kommt, auch mit Kampf, mache ich keinen Schaden. Aber das haut mich komplett weg, weil ich ja auch Typ Stahl bin als Lucario. Also ist wohl die bessere Alternative, ein Meditalis zu nehmen, statt ein Lucario. Was bei ihr direkt auf 1,5 kommt, habe ich eben mal ausgetestet. Und das kann auch Steigerungshieb. Und hat auch noch Eishieb oder irgendwas. Also das hat auf jeden Fall interessante Attacken und meistens lockt das jetzt auch die Schilde raus. Das ist also das Team, was ich jetzt auf meinem Main-Account spielen würde in der Superliga momentan. Genau so mit dem Meditalis in der Führung. Und wir verwenden das jetzt mal bei Pupsi. Schauen mal, wie weit wir kommen. Ob wir vielleicht sogar die 15 Stück am Stück schaffen. Glaube ich zwar nicht, weil ich gleich eh wieder alles verkack, aber wir probieren es einfach mal. So, Meditalis ist da, da ist Galoppa. Ach du Scheiße, da ist schon wieder keine Ahnung. Das ist bestimmt heftig brutal gegen mich, oder? Nein, Galoppa, mach es nicht. Fehl und Psycho. Auf jeden Fall haben wir unseren Move direkt voll. Das ist ja immer das Schönste. Und es macht auch nicht wirklich Schaden. Und es schildet sogar. Also, was will man mehr? Ich glaube, so kann ich jetzt erstmal drinnen bleiben. Weil ich glaube, dass das Meditalis nicht viel aushält. Schilde ich doch mal, weil er hat ja zuerst geschildet. Das fühlt sich für mich immer an, wie ich hab den Vorteil. Weil er hat ja zuerst geschildet. Da darfst du ruhig mal nachschilden. Weil ich habe zwei Pokémon noch dabei, denen ich vertraue. So. Wer zuerst wechselt, hat auch verloren, ist die Devise. Das lasse ich jetzt mal durch. In der Hoffnung, dass er nochmal viel Ender macht. Und dass das nicht so brutal ist. Und er macht auch nochmal viel Ender. Es ist aber brutal. Oh mein Gott. Ah. Ich hab's gewusst, dass es schon wieder falsch ist. Da verlässt du dich drauf, dass das Schild nicht rot ist. Aber das heißt nur, dass es nicht sehr effektiv ist. Aber es macht halt trotzdem Schaden. Leider Gottes. So, ob ich das noch schaffe? Ich könnte es sogar noch schaffen, oder? Oh. Nochmal ein Schild verbrauchen möchte ich eigentlich nicht. Wir lassen es mal durch. Kommen wir mit dem Azumarill rein. Und sagen mal kurz Tschüss. Hat geklappt. Und er hat. Er nimmt. ein Stein. Hey. Das ist ja... Ach so, okay jetzt. Er hat ein Enteron reingeholt. Hm. Enteron, Enteron. Soll ich jetzt auch wechseln? Was machst du da? Du bist doch Wasser. Du kannst mir doch eigentlich gar nichts antun. Außerdem hast du kein Schild mehr. Ich habe noch ein Schild. Ich könnte jetzt mal auf Knudler gehen. Könnte gucken, was passiert. Ja. Ansonsten hätte ich noch ein Schild, was ich wahrscheinlich jetzt nicht aus... Was ich jetzt nicht nutzen würde, weil das Azumarill, das hält ja viel aus. Also... Ich weiß halt leider nicht, was es für Attacken hat. Wollen wir es mal durchgehen lassen. Vielleicht greift er mit Psycho an. Ne, mit Hydro-Pumpe. Na gut, das... Das soll er ruhig so machen. Soll er halt mit Hydro-Pumpe angreifen. Wir versuchen den jetzt... Das wird jetzt wieder total blöd. Den so runter zu ziehen. Kein Schild zu nehmen. Und jetzt, wenn der Gegner kommt... Wenn der Gegner kommt, jetzt einfach ein Knudler drauf, weil der Knudler ist ja stark. Und ich habe noch meinen Deoxys und ich habe noch mein Schild. Und eigentlich müsste das jetzt safe sein. Vielleicht schaffen wir es sogar nochmal. Nein, schaffen wir nicht. Egal, aber Deoxys macht jetzt zwei, drei Hiebe. Dann müsste das eigentlich passen. Und da ist es auch tot. Oh, mein Gott. Also Pupsi, eins von 15. Hast du schon. Sehr gut. Lief auch einigermaßen flüssig. Ich sage nicht, dass ich Ahnung habe von dem, was ich da mache. Ich sage nicht, dass ich Profi bin. Ich sage, ich bin weit davon entfernt. Ich sage einfach nur, mit diesem Team macht es mir in letzter Zeit Spaß, in der Superliga zu spielen. Mal gucken, ob das bei Agent BN jetzt auch funktioniert. Gratet am Anfang. Der Anfang ist halt meistens das, was zählt. Hier. Hariyama ist nur Kampf. Ich bin Kampf und Psycho. Das heißt, eigentlich müsste der mir weniger Schaden machen, als ich ihm, weil durch meinen Psycho-Anteil das ja jetzt nicht so hart trifft. Aber ich kann schon mal meinen Angriff steigern. Bisher sehe ich mich also wieder im Vorteil. Weil ich mache jetzt wieder mehr Schaden. Wer weiß, wann der kommt und was der macht. Kikli ist auch Kampf. Hä? Das ist aber sehr einseitig. Bis jetzt finde ich gut. Jetzt mache ich nämlich noch mehr Schaden. Ich weiß ja, also Kikli war ein totaler Reihenfall gerade. Komm, hol mal das Hariyama zurück. Er kommt wirklich mit dem Hariyama wieder rein. Komm, wir machen nochmal Steigerungshieb. Oh mein Gott, das wird doch ein gutes Match. Was hat er denn als drittes drin? Vielleicht ein Maromai? Ihr könnt jetzt Wetten abschließen. Dann lässt er auch durch. Er will sein Schild mitnehmen. Er kommt gar nicht dazu, überhaupt was zu machen. Ich bin immer noch mit Meditalis am Start. Und er hat ein Pelipper. Da würde jetzt Flug, Eis. Ja, aber der hat ja noch ein Schild. Wir gucken mal, vielleicht schildet er jetzt. Und hauen dann mit dem Eishieb als letzten abschließenden Move einmal drauf. Und dann müsste das passen. Gut, er hat gar nicht das Schild eingesetzt. Und wahrscheinlich bevor es überhaupt zu irgendwas kommt, ist er tot. Pupsi! Das ist die Nummer 2. 2 von 15 kämpfen. Jetzt sagt ihr, ja Ramses, das ist ja keine Leistung. Du bist Rang 1. Das heißt, da sind gar keine menschlichen Spieler mehr unterwegs. Da sind nur noch Bots. Und die Bots, die verlieren immer mit Absicht. Die nehmen auch einfach dreimal dasselbe Pokémon rein, weil das halt Bots sind. Guck mal, der hat gleich seine Handynummer hinterlassen, damit ihr besser anrufen könnt, wenn ihr euch nach dem Kampf beschweren wollt, was das soll. Gengar! Ah! Macht gar nicht so viel Schaden. Gut. Selbst bei Gengar! Da wüsste ich auf jeden Fall, dass ich jetzt mit, wenn ich mein Lucario, also hätte ich bestimmt schon viel öfter, viel mehr Schwierigkeiten gehabt, gerade gegen die ganzen Kampf-Pokémon, die da immer so ankommen, hätte Lucario immer den Kürzeren gezogen, weil die einfach brutal sind. Aber hier seht ihr ja, es ist eigentlich egal, was ich mache. Mein Meditalis hält eigentlich immer stand. Ähm, eigentlich wollte ich jetzt doch auf Eishieb gehen, aber irgendwie habe ich es schon wieder verschwitzt. Na, egal. Angriff steigert sich. Und jetzt brauche ich nicht mehr auf Eishieb, jetzt kann ich auch auf Steigerungshieb gehen. In der Hoffnung, das passt noch. Ich würde das jetzt, ich setze komplett auf Meditalis jetzt, egal. Nimm halt den auch noch. Du siehst ja, der würde hart treffen. Mein Steigerungshieb war eh schon eingeloggt. Den hätte ich jetzt zwar gar nicht mehr gemacht, aber er war schon eingeloggt, sodass ich ihn automatisch nehme. Wird zwar keine Schilde mehr haben, aber er kommt jetzt mit Psycho. Oh, 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 Hypno. Hypno ist krass. Hypno ist brutal. Gegen Hypno werde ich wahrscheinlich jetzt alles verlieren, was ich habe. Äh, er schildert. Oh, guck mal, wie viel Schaden ich mache. Schilde bitte nochmal. Dann hast du wenigstens kein Schild mehr. Ey, ich bin jetzt so heftig am Start. Guck dir das an. Das würde jetzt nicht wirklich was abziehen, aber er hat sein zweites Schild auch weg. Angriff nochmal gesteigert. Los, los, mach Schaden, mach Schaden, mach Schaden. Hau nochmal. Alter, der haut noch einmal drauf. Wieder das Meditalis, was fast zwei Gegner besiegt, wo ich mit Lucario schon längst am Arsch gewesen wäre wahrscheinlich. Und? Er hat, oh, er hätte fast Hypno noch weggehauen. Jetzt würde ich wahrscheinlich das, ähm, Azumarill reinholen. Weil das hat mit Eis und, äh, mit Knudler natürlich mehr, ach, es war genau falsch. Aber egal, wir können ja wechseln, wir können ja wechseln. Ich habe jetzt schon hundertmal gedrückt. Dioxis kommt rein. Dioxis. Der grillt uns sonst. Der grillt den Fisch, auch wenn es ein Hase ist. So, Psycho Beiser. Du hast eh keine Leute mehr am Start. Bis ich hier fertig bin und mein Move voll habe, bist du wahrscheinlich eh schon tot. Elektro gegen Elektro. Lieber ein Steinhagel drauf. Ich würde auf Steinhagel gehen. Er macht hier nochmal Psycho Beiser. Das ist auch nicht effektiv. Also theoretisch könnte er aufgeben, weil das bringt ihm jetzt eh nichts mehr. Müsste safe der dritte Wind sein, wie oben immer da ein Felsen durchfliegt und uns durch die Lappen geht. Alter, der hat noch seinen Hypno da gehabt. Das war gar nicht tot. Er hat es einfach rausgewechselt. Das macht er wohl gerne. Einfach auswechseln. So, das ist der dritte Sieg für Poopsy. Wir machen genau weiter an dieser Stelle. Wir brauchen 15 Siege. 15. Es ist bei mir jetzt 13.20 Uhr am Dienstag. 15 Uhr fängt Livestream an mit Wuffels bis 22 Uhr. Das heißt, bis dahin muss ich aber auf jeden Fall durch sein. So, klappt das jetzt auch so gut? Das ist wieder Psycho. Wer frisst mehr Schaden? Ah, bisher gleicht es sich noch fast aus. Also, wenn mein Angriff sich noch steigert, dann mache ich vielleicht mehr Schaden als er. Ich weiß nicht, was er jetzt hier für Attacken hat. Da gab es ja auch ein bisschen was dazu. Ansonsten würde jeder sagen, alter, wechsel doch. Was soll das denn werden? Aber, nö, 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 nö. Wenn, dann wäre ich eh auf Azumarill gegangen. Aber, ihr wisst, wer zuerst wechselt, der hat halt irgendwie gefühlt immer den Nachteil. Ich habe auch jetzt zwei Schilde von ihm schon rausgelockt. Das heißt, ich kann es mir locker leisten, ein Schild von mir mal zu verbrauchen und hier noch weiter zu gehen, dass ich vielleicht mit meinem, guck dir das an, mit meinem in die nächste Runde gehe, habe ein Eishieb voll. Ach, es ist nach Tara Unlicht. Das heißt, wir sind weiterhin gut im Rennen mit Kampf und können einfach hier weiter drauf fetzen. Es kann auch nicht mehr abwehren. Und dann wisst ihr schon ganz genau, was wir da nachnehmen. Der nächste Steigerungshieb ist voll, denn unser Dioxys hat ja auch Konda als Sofortattacke, also auch ein Kampfmove. Gegen das nach Tara bringt das auch was, aber wenn das so weitergeht, fliegt das hier weg. So, Dioxys kann ruhig rein, macht noch zwei, drei Schläge vielleicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, viereinhalb. Und Eis, guck dir das an, sehr effektiv, denn es kommt einfach, es ist unglaublich, was für ein Lauf. Was nimmt man denn auch lauter Evoli-Form rein? Das muss ja wirklich ein Bot sein, der einen hier veräppeln möchte. So, also, Konda gegen Eis natürlich auch richtig gut. Das hat auch viel abgezogen. Und Stein gegen Eis, Stein und Hagel war auch gerade fett. Passt, Nummer vier, weiter Nummer fünf. Super Liga. Und das sind fast 15 Minuten für fünf Kämpfe. Das ist in Ordnung. Das ist übelst lang. Aber ich habe vorher noch gequatscht. Also, man kommt hier eigentlich relativ gut durch. Sonic Pete 417. Meditalis und Flamara. Ach so, jetzt kommen die, die eben nicht da waren. Also, Aquana müsste auch noch kommen. Hauen wir mal drauf. Guck, wir machen auf jeden Fall Schaden. Wir haben unseren Move auch voll. Wir können jetzt den Steigerungshieb machen. Den braucht er eigentlich gar nicht ab. Wehren. Er macht es trotzdem. Wir wehren auch mal ab, weil das Meditalis einfach so gut ist, dass wir das natürlich mitnehmen müssen auf die nächsten 500 Gegner. Soll ich jetzt nochmal steigern oder soll ich mitnehmen? Ich glaube, ich nehme mit, weil das dürfte jetzt reichen. Ohne, dass er noch einen Move macht. Mal gucken, was reinkommt. Es kommt ein Zehn Minuten später Flunschlik Äh, was? Boden Elektro Hm. Azumarill wäre ja ganz cool, aber gegen das Boden, aber das Elektro grillt mich wieder. also Flunschlik ist halt kacke, ne? Ich sage halt so, wie es ist. Es ist halt kacke. Ich glaube, mit IC mache ich da auch nicht viel. Ich werde jetzt einfach mit dem Meditalis die ganze Zeit den Nerven, bis er irgendwann die Schnauze voll hat. Was kann die Oxys? Die Oxys? Ich glaube, der hat irgendwas anderes hatte der doch noch, wo er mir auch mit auf den Sack gegangen ist. Warte mal. Ich glaube, er ist rausgeflogen. Ich nehme auf jeden Fall keinen Schaden. Das ist schon mal gut. Ich glaube, als es eben so ewig geladen hat, hat er die Verbindung verloren. Was heißt? Ich habe eigentlich kein Gegner mehr und könnte jetzt... Ja, guck, wie lange das dauert. Wenn das so lange schon dauert, immer bis überhaupt irgendwas geht, wisst ihr eigentlich, der Gegner ist nicht mehr da. Hier. Da. Hat der fünftes Match auch gewonnen. Danke, GBL. Danke für das... Dass der Gegner einfach verliert, ohne dass er überhaupt irgendwas machen kann. Finde ich gut, ne? Haben sie gut gelöst. Müsst nur eine Jentic eine Support-Anfrage schicken und dann sagen, ey, darf ich auch mal gewinnen? Guck, dass Kapudops hier auch einfach weggehauen. So muss das laufen. So muss das... Pups, das hättest du jetzt auch... Ne? 5 von 15. 200. 300. Ich bin jetzt kurz vor der Platin, glaube ich. Da freue ich mich ganz doll drauf. Gucken natürlich auch was jetzt. Die Pokémon-Belohnung nehme ich immer als letztes an. Weil das ist immer das Spannendste. Obwohl auf... Ja gut, Stufe 1 wusste man ja jetzt, dass da X-Bad drin ist. Ich nicht. Das habe ich nämlich schon wieder verdrängen. So, wir gucken mal, ob wir es mit der Sanana-Beere fangen können. Hui! Einmal daneben geworfen. Ich hoffe, das passt nicht, dass wieder beim letzten Mal irgendwo Fehler da stand, es dann raus ist, geflohen ist und man es einfach nicht fangen konnte. Weil es kann ja nicht fliehen. Aber ich konnte es auch nicht fangen. Schauen wir mal, ob das gut ist. Ein 96er. Ich mache mal ein Häkchen dran, dass es nicht aus Versehen verschickt. So. Rang-Belohnung. 5. Zack. Rang 2. Das sieht gut aus. Und wir machen natürlich direkt weiter. Ja, 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 ja. Wieder hier, wieder da, wieder dort. Und weiter geht's. Also wenn ich die 15 wirklich voll habe, würde ich trotzdem versuchen, einfach weiterzumachen. Bis ich das erste Match verliere. Und wenn ich ein Match verliere, ähm, dann muss ich halt so lange machen, bis ich 15 Siege habe. Nein! Fehler 6 ist aufgetreten. Ich hoffe, ich bin jetzt wenigstens wieder in der normalen Übersicht. Ja, bin ich. Habe ich jetzt verloren? Fehler 6. Was ist Fehler 6? Na, da steht noch 0 von 5. Okay, das passt. Ich habe noch nicht verloren. Alles gut. Das erinnert mich schon an Troy Dan, ähm, der, der hat immer sich so Challenges auch gesetzt, dass er so lange spielt, bis das und das und das ist, aber der spielt kein Pokémon, der spielt andere Sachen. hat man so einen Slam dunk-Contest-Dings gemacht bei NBA, dann hat er irgendwas anderes, dann hat er irgendwelche internationalen Sportspiele geguckt, ob er ein Match gewinnt in jedem Spiel, was da drauf ist und beim Wrestling, dass er einen Kampf gewinnt in jedem Wrestling-Spiel, was es gibt. Er hat sich alle Wrestling-Spiele vom ersten Smackdown bis zum letzten WWE 2K rausgesucht und hat ein Match da drauf gespielt, immer Spielersuche random, dass er einfach irgendeinen Wrestler hat, sich den nicht auswählt, gegen wirklich wieder irgendeinen anderen. Das fand ich auf jeden Fall auch cool. Dann gingen die Videos auch ewig lang und die waren richtig cool gemacht, richtig cool aufgebaut. So, Ice wäre gut, aber wir sind ja unbelehrbar, also wir verzichten aufs Ice. Der hat auf jeden Fall auch Flug am Start. Flug würde mir jetzt auf den Sack gehen, aber vielleicht durch Psycho dann wieder doch nicht. Eis interessiert ihn wahrscheinlich nicht, weil er hat ja auch Feuer. Also wir machen jetzt einfach mal hier weiter das, was wir die ganze Zeit schon machen mit unserem Steigerungshieb und ich denke mal, der, ja, der wird mit Feuer angreifen. Hier, nein, er hat Orkan, okay, alles klar. Dann habe ich ja alles richtig gemacht, denn der Orkan, der hätte mir jetzt die Mütze vom Kopf geweht, gefäht, geweht, gefläht, gebläht, der bläht mir alles weg, aber guck mal, wenn es so weitergeht, kann ich auch gedroht hier einfach mit Kondor und Steigerungshieb weiterarbeiten, also ihr braucht eigentlich nur ein Pokémon, wie ihr seht. Der Rest ist für die Tonne. Er hat auf jeden Fall schon einen Schild genutzt, das ist sehr schön und ich hoffe, er stirbt jetzt, nein, er stirbt jetzt nicht. wir setzen mal alles auf eine Karte. Ich hätte ihn jetzt sterben lassen können und dann hätte ich vielleicht mit Azumarill kurz einen Move und dann wäre der auch weg, aber wir probieren es mal weiter, was er noch so hat. Er hat wieder Galoppa. Also, was heißt wieder? Er war ja nicht der von vorhin. Was war denn die Taktik vorhin bei Galoppa? Hatten wir überhaupt eine Taktik? Nein, oder? Wir haben einfach gekämpft und gehofft, dass wir ein bisschen überleben. Das heißt, jetzt würde ich aber, den brauche ich ja nicht, oder? Mach ich aber trotzdem. Wir holen uns trotzdem das, äh, den, äh, die dicke blaue Hase. Holen wir uns, weil die hält viel aus. Was hat denn der vorhin gemacht? Viel Ender hat er, glaube ich, immer gemacht, oder? Was hat der? Body Slam? Hm. Einfach das, was zuerst voll wird, voll ist, wird gemacht. Hier ist es jetzt also der Eisstrahl. Die meisten spielen das auch mit Hydro-Pumpe statt Eisstrahl, aber Hauptsache Knuddler immer dabei. Knuddler machen wir jetzt aber nicht. Jetzt steht's da und würde uns in die Fänge gehen. Jetzt ein Knuddler drauf. Das wäre bestimmt toll. Obwohl ich gerade finde, dass das ziemlich hässlich aussieht, wie es da rumsteht. So, noch ein Body Slam werden wir wahrscheinlich nicht überleben. Hätte ich lieber mal gewechselt, dann hätte das Dioxus den Body Slam eingesteckt. Body Slam, blaah. Gut, er geht noch, pass auf, ich ziehe jetzt hier durch auf Eisstrahl, ist mir jetzt egal. Den frisst du jetzt. Und dann die Dioxus muss standhalten, ne? Egal, was da kommt, Dioxus, es liegt an dir. Du musst uns verteidigen mit Lamus-Dreck. Verdammt nochmal. Lamus, 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 Wasser, mhm, Psycho. Ich würde dich ja gerne grillen, Lamus, aber ich habe die Befürchtung, wenn ich dich grille, diese Elektro-Attacke ist so schlecht, dass da trotzdem nicht viel übrig bleibt. Da habe ich wahrscheinlich mehr davon, wenn ich zweimal Steinhagel durchrotze. Denn bei Elektro habe ich immer gedacht, okay, packst du drauf, aber irgendwie macht Elektro halt wirklich so wenig, dass es mir nichts bringt. Im Endeffekt verändert sie noch irgendeinen Status von mir und dann habe ich wieder weniger Angriff oder sonst was. Und das müsste jetzt trotzdem passen, auch wenn wahrscheinlich keiner jetzt hier Steinhagel eingesetzt hätte gegen das Lamus, aber ich mache das. Und noch einen Schlag. Oh, hätte es sein können, er macht noch einen. Oder er setzt nochmal einen Move ein oder irgendwas. Aber es ist Nummer 6. Es ist Nummer 6 nach 23 Minuten. So. Richtig knapp, richtig knapp. War bisher das schlimmste Match. Und ich weiß gar nicht, warum. Es war nichts anders als sonst. Langsam lässt die Konzentration nach. Ich spiele ja auch schon 23 Minuten. Meditalis gegen Pixi. Das ist glaube ich Mist, oder? War es Pixi? Ja, es war Pixi genau. Was war denn das andere? Eins war da, das war nicht so schlimm und eins war da, das ist total doof. Also Pixi ist auf jeden Fall das Doofe. Dann war das andere Knuddeluft, glaube ich. Also bei Knuddeluft hätte ich theoretisch drinbleiben können und hätte mit dem arbeiten können. Was ich hier mit ihm aber nicht kann. Also hier muss ich wechseln. Und dann wechsle ich natürlich immer hier auf die dicke Maus. Die dicke Maus ist nämlich voll cool, wie ihr seht. Ich weiß auch nicht, was der gerade für eine Taktik hat. Weil einmal lässt er es durch, jetzt stirbt er, außer er setzt auch sein Schild ein. Der ist mir auf jeden Fall gefährlich, also der muss auf jeden Fall jetzt eigentlich weg. Der wird aber jetzt schilden. Er schildet nicht, verstehe ich nicht, das ist doch sein stärkstes Pokémon gewesen. Stolos. Ja, 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 ja. Da packten wir doch ganz chillig unser Meditalis wieder rein, oder? Und machen bam, bam, bam und dann in der Hoffnung, dass das weg ist. Machen auch die Sau. Machen auch nochmal Steigerungshieb, wollte ich sagen. Dass wir noch stärker werden. Jetzt haut er hier sein Teil raus. Jetzt machen wir trotzdem aus Versehen Steigerungshieb. Jetzt hätte ich Steigerungshieb nicht mehr gemacht, aber es war ja schon wieder eingeloggt. Naja, egal. Er wehrt sogar ab. Geil, das heißt wenigstens ein Schild weg, was sehr gut ist. Aber wenn er noch zwei Schilder jetzt mitgenommen hätte, das wäre richtig blöd. Ähm, Skilabra. Ich glaube, ich muss mal wechseln auf Deoshiss. Das ist wichtig. Oder? Versuchen wir ein bisschen durchzuhalten, schon mal Schaden zu machen. Er macht eh seinen Move. Das heißt, wenn er seinen Move macht, hat er ja nichts. Und dann können wir versuchen vielleicht den Rest. Ich weiß es nicht. Wird sich schon ausgehen. jetzt einmal Steinhagel drauf. Schnell lade ich hoch. Wer weinten Stein. Auf dieses brennende Kadaver. Skilabra. Bitte, 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 bitte. Sehr effektiv. Das sieht gut aus. Interessiert doch nicht, dass das Geist ist. Das hatte Feuer. Ja. Und deswegen. Also manchmal, das ist effektiv, aber durch den Doppeltyp und da ist es nicht und es ist hier und bla. Ich sehe nur, da steht Feuer und dann werfe ich drauf. Was Geister ausmacht oder nicht ausmacht, das sehe ich ja dann, wenn ich den Stein geworfen habe und merke, dass es gar keinen Schaden macht. Atarnop. Atarnop. Gut. Atarnop und Flunschlik. Was habe ich vorhin bei Flunschlik gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Es ist nicht das erste Flunschlik, es ist einfach das letzte. Da habe ich das vorhin mit dem Meditalis angegriffen. Ich meine, guck mal, das sieht schon gut aus, aber ich habe nur Angst, dass wenn der mich angreift, ich tot bin. Ich schilde lieber mal. Schlammbombe. Uh. Dann denke ich mir so, ah, die zweite kann ich durchgehen lassen. Das hat ja gar nichts angezeigt, aber der ist auf jeden Fall nervig. Also Flunschlik als Gegner finde ich wirklich immer schlimm. Das ist ein Problem. So. Hau es noch mal drauf. Guck mal, jetzt hat er fast keine Energie mehr. Wir können es jetzt einmal durchgehen lassen. Wirklich. Und wenn ich tot bin, mir egal. Ich bin nicht tot. Komm, ich überlebe das. Guck dir das an. Oh. Da habe ich mir noch Sorgen gemacht gerade. Nein. Wieso macht der denn? Wenn der noch mal Schlammbombe macht, dann überlebe ich das doch auch. Ach, das habe ich doch gerade ausgetestet. Sah hier. Ha. Da brauche ich jetzt gar keinen Steigerungshieb mehr, aber wie immer habe ich ihn natürlich schon angedrückt. In der Hoffnung, dass er seinen Move nicht durchbringt, weil ich meinen mache. Aber, naja. Es ist halt immerzu dasselbe. So, der ist weg und ich habe nur ein Schild verbraucht und er kommt mit Wasserkampf. Quabo. Aber ihr seht schon, ich bin jetzt so stark schon aufgepusht durch meinen Steigerungshieb, der immer ins Unermessliche noch hier reingeht, dass ich einfach Baba machen kann. Er wehrt sogar ab. Das heißt, jetzt für mich vielleicht dann mal die Möglichkeit, mir egal, ich setze es weiter auf Meditalis. Ich würde sagen, vielleicht einen Eishieb zu machen, er macht ja auch einen Eishieb. Ja, er wechselt einfach aus. Jetzt einen Eishieb zu machen, komm, damit rechnet er jetzt niemals. Und wenn du es abwehrst, dann habe ich ja als nächstes meine Nazumarill. Das kann auch Eis, weil du bist Pflanze. Er wehrt ab. Er wehrt ab. Aber egal, 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 egal. Obwohl der, ich habe kein Schild mehr, bis ich Eishieb voll habe, das dauert wieder. Wir probieren es einfach. Auf. Schnell. Vielleicht hat er ja was anderes außer Strauchler. Matschbombe. Okay, 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 okay. Bitte lass mich kurz den Eisstrahl machen. Dann siehst du, wie krass ich bin, dass ich gegen eine Pflanze mit einem Wasser-Pokémon andrehe und trotzdem gewinne, weil du vorher dein Schild verloren hast. So, sehr effektiv. Richtig heftig. Und jetzt kannst du hier mit deinem Quabber noch ein bisschen blöd rumstehen und irgendwas machen. Du musst ein Schild, ach, du musst einen Move einsetzen, sonst, du kannst nicht warten, sonst setze ich meine mich ein. Ich glaube, das Dioxis hat heute nichts mehr zu tun. Eisstrahl. Nicht sehr effektiv. Hat er noch was? Er hat noch was. Aber das Dioxis braucht einen Schlag und dann war's das. Ach, ich hab sogar... Ha! Ich hab sogar überlebt und hab einfach den Schlag selber gemacht. Sag ich doch, Dioxis hat nichts mehr zu tun. Fertig. Das war die Nummer 8. Wir haben den nächsten noch 2, ne? Dann ist das nächste Set kaputt, äh, fertig. Also komplett 29. Ich weiß gar nicht, wann ich das hochlage. Ich hab, ähm, ich hab zu tun am bla 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 vielleicht am Wochenende wieder. Am Wochenende mal gucken, was da abgeht, dass man das am Wochenende irgendwo reinquetscht. So, mit detalles Flunschleg. Diesmal aber das andere mit Stahl und Boden. Ich glaub, das kommt mir sogar noch mehr gelegen. Jetzt kommt Granbull auf die Bühne gesteppt. Das heißt, irgendwie, wenn ich was mit Fee sehe, komm ich immer mit meinem Azumarill. Ich weiß nicht, wieso. Das ist ein automatischer Reflex, das wir dann immer da drauf gehen. Der wird sicherlich jetzt auch abschilden. Ne, macht er nicht. Gut. Noch nüt, nüt. Ich, ich schilde mal auch nicht ab. Ich bin genauso genial drauf wie er. Knirscher. Da, zum Glück haben wir nicht geschildert. Jetzt bist du bitte tot. Und jetzt, was willst du denn zurückbringen? Dein? Knuddler, 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 Knuddler. Einfach mal so knuddeln. Weil Eis gegen Eis und Eis, Wasser, es ist alles dasselbe. Also nimmt man natürlich das, was nicht dazu passt. Und man nimmt Knuddler. Und ich weiß gar nicht. Ich würde auch jetzt nicht schilden. Er schildet jetzt bestimmt, weil er langsam nämlich was machen muss. Sonst geht er mit zwei Schilden zugrunde. Und deswegen kann ich auch auf Eis gehen, weil er eh schildet. Ja, er schildet. Und er kann mich jetzt ruhig töten, weil ich habe eigentlich, mit Kampf stehe ich jetzt gut gegen das Flundenschläge, aber auch gut gegen das Walreiser. Beide von mir haben Konder. Also hau mich ruhig jetzt mal weg. Ich versuche jetzt auch, weil du ja noch ein Schild hast, natürlich auf Meditalis zu gehen, was ein Steigerungshieb voll hat. Ihr entweder das zweite Schild rauslockt oder trifft, aber jetzt noch kräftiger ist und den Rest von dir jetzt rausflatscht. Hier. Stark. Und jetzt? Kommt der Günder zurück. Ich habe noch zwei Schilde. Ich habe die Oberhand. Guck dir das an. Steigerungshieb. Ja, ja, sehr effektiv. Bla, 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 Angriff steigt. Jetzt können wir uns langsam hier durcharbeiten. Wir gehen aber auf Nummer sicher, deswegen nehmen wir jetzt ein Schild, auch wenn wir noch das Dioxys dann übrig haben, aber trotzdem, wir machen jetzt alles mit dem. Kommen gleich zum nächsten Steigerungshieb. So. Bitteschön. Und das war's. Das heißt, Nummer 9 ist fertig. Nummer 9 im Sack. Auch wenn das ja immer so laufen würde, also sobald du dann hier ab Rang 15 oder so, träumst du von sowas nur. da wird's dann halt wieder komplizierter und kniffliger, aber eigentlich der Anfang in der GBL ist immer irgendwie cool, weiß ich nicht. Der Anfang macht einfach Spaß. Es würde ja sogar reichen, wenn ich einfach nur 5 Matches spiele, auch wenn ich alle 5 verliere, steige ich ja trotzdem irgendwie im Rang, aber das bringt ja nichts, weil sie hat ja die Aufgabe, dass sie da gewinnen soll. So, jetzt habe ich nicht geschalten, egal, der kommt hier an mit Flug, okay, der kommt hier auch an mit Gift, okay, wir könnten Steine werfen, wir sind jetzt immer noch hier gefangen, der macht jetzt auch einen Move, ich hätte doch vielleicht wechseln sollen. Er hat auf jeden Fall Schiss mit seinem Boldarus, wir haben doch eigentlich alles auf unserer Seite. Nimm halt jetzt einfach mal ihn hier, mach mal so, du hältst doch einiges aus, er kann dir doch jetzt nichts, und egal, ob du Steinhagel nimmst oder Elektro, es müsste beides gut treffen, er muss also beides schilden. Mit unser Meditalis kommen wir da nicht weiter, das heben wir uns auf, als das Boldarus wiederkommt. So, er schildet natürlich nicht, obwohl er hat schon einmal geschildet. Hä? Habe ich nicht mitgekriegt, Windschnitt, sieht auch blöd aus. Wehe, du wechselst raus, du bleibst jetzt da drin. Na, warte, wieso darf der denn nochmal, jetzt muss ich aber drücken. meins, meins war schon fertig, ich hab's schon eingeloggt, aber er darf natürlich zuerst. Und jetzt möchte ich bitte, nimm bitte dein zweites Schild raus, oder sterb halt, was weiß ich, such's dir aus, er stirbt, hol's dir Boldarus rein, da boldert's im Karton ungefähr so, guck, es boldert ein bisschen, aggressiv, äh, es boldert auf jeden Fall ein bisschen, effektiv, aggressiv, der lädt sich bestimmt jetzt an mir auf, und lässt dann alles am Medi, alles raus. So, ne, er wechselt nochmal, und er hat jetzt Bibor, 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 das ist aber gut, wenn er gewechselt hat, dann kann ich doch mir dazu machen, und Eis, jetzt soll das Bibor vereisen, das ist ein Käfer, wenn er den einfriert, ich hab keine Ahnung, was er für Attacken hat, er hat halt noch ein Schild, ich nicht, nein, ich muss meinen Eisstrahl machen, guck dir das an, so, ja, klar, er schildert, aber ich, ich kann jetzt nicht wechseln, also ich, ich brauche den ja eigentlich, und jetzt bin ich tot, weil er wahrscheinlich jetzt nochmal sein, was hat er gerade gemacht, Matsch, Bombe, Schlagbohrer, wir leben noch, wir haben noch einen Eisstrahl, haben wir noch Eisstrahl da, Mann, jetzt hab ich doch einfach fabelhaft genau, weg damit, oh nein, er lebt auch noch, egal, aber wir leben auch noch, weil irgendwie lebt einfach jeder noch, und, ahhh, hat er alles mit gut, guck mal, Schlagbohrer, hui, ahhh, und jetzt kommt er wieder mit Boldarus, und jetzt hat er da auch noch einen Move, nein, es sah doch so gut aus, Pupsi, Stein, Kante, ich lebe noch, Pupsi, nicht, aufgeben, Kucki, 1, 2, 3, fall um, schnell, und du mach dein Move voll, und du hör auf, einen Move zu haben, ahhh, dieses Scheiß-Biber hat mich umgebracht, ach, ist der süß, okay, wir machen so lange, bis wir verlieren, tschüss, oder bis wir die 15, äh, Kämpfe voll haben, also wir haben jetzt nie, das ist doch scheiße, das rettet auch der Markus nicht, hallo Markus, oh, ist gut, ich nehm schon einen Roden, okay, yeah, großartig Markus, du bist der Beste, nehmen wir Markus, so, ich hoffe der Markus hat, die besten PvP-IV der Welt, gucken mal kurz, naja, jetzt könnte man ihn entwickeln, für die Aufgabe, egal, 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 wir haben jetzt trotzdem Rang 3 erreicht, wir müssen jetzt noch mindestens ein 5er Set machen, und dann fehlt, einer, außer, wir verlieren jetzt alles, oder, ich, ich hab keine Ahnung, also, von wegen, selbst nach den 15, können wir weitermachen, bis wir verlieren, wir haben schon verloren, und das gegen Biber, Susiku, was, Susikune, Susikuine, Raichu, oh, da hab ich doch auch wieder keine Ahnung, wir machen Schaden, das ist gut, bitte los, mach mal ein Steigerungshieb, sei der Erste, ich glaub, das Match ist jetzt nur da, um uns aufzumundern, zwecks der Niederlage eben, haben sie sich gedacht, wir machen jetzt ein Aufmunderungs-Match, rein, komm, mach nochmal, ja, Mann, das ist doch genial, warum, was macht der mit dem Raichu, falls ich einen Azumarill drin hab, am Anfang, er hat aufgegeben, er hat auf jeden Fall aufgegeben, das ist die 10, hab gar nicht gesehen, was er noch drin hat, also das hätte man ja auch zeigen können, aber macht er nicht, wir drücken weiter, Superliga, noch 5, Siege, für die Aufgabe, 5 Siege, für die Aufgabe, Ja folks, don't touch that mouse, enough talk, Meditalis, Volterus, du hast mich eben schon geärgert, Digga, du wechselst bestimmt wieder raus, ich kenne dich, ich habe dich gesehen, im TV, es scheint, bleibt er drin, wie es ausschaut, ausschaut, Hausstaubmüll, und er wechselt auf, was ist das, Welsar, da bleibe ich auch drin, sieht gerade gut aus, ich habe noch mein Dioxys, gegen das Volterus, also warum soll ich denn da raus, wir bleiben einfach drin, wir bleiben einfach drin, ich habe keine Ahnung, was der hat, aber ich brauche mein Meditalis, Schlammbombe, siehst du, da habe ich geraten, bam, 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 komm nochmal hier, noch ein Steigerungshieb, nein, ist der so stark, bist du so schwach, ich nehme jetzt mein Schild, ich habe übrigens Schiss, seitdem mich ein Bibor besiegt hat, kann ich nicht mehr klar denken, der hat wahrscheinlich einfach nur seinen Move aufgeladen, beim, Volterus und hat den dann mit Absicht raus, das ist eine Falle, Jungs, das ist eine Falle, jetzt sehen wir gleich mal, wie stark das wirklich ist, ist das Boden, oder Gift, bin ich bescheuert, gut, und jetzt, Volterus wieder rein, mit Move, er hat was hier mit, was, Kampf und Unlicht, was ist das, Barrikadax, Zurukex, meine ich, auf jeden Fall Unlicht, das passt, weil, guck uns an, was wir hier machen, bam, 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 gleich sehen wir wieder voll, bam, und wir hauen den sogar, ist aber eigentlich sinnlos, den nochmal rein zu hauen, aber wenn der einen Move gemacht hätte, jetzt, dann wären wir ja tot, also lieber ihn tot, als wir tot, klappt's, näher, setzt seinen noch rein, die Oxys reinholen, ist ja trotzdem noch mit, was, mein Gott, ah, ich muss weiter drücken, hier, Volterus, am Start, guck dir an, wie viel Schaden der macht, sonst hätte ich die Oxys geholt, er hätte einmal mit dem Condor drauf gehauen, hätte das weg, und hätte hier weiter gekondert, und wenn wir dann sterben, hätten wir immer noch unser Azumarill, gegen dieses, komische, trockene Pokémon, was angefeuchtet werden muss, elf, noch vier, noch vier Siege, super, super, also danke für die Fangruppe in Telegram, ne, die mein Lucario ausgelacht haben, und dann mit ihrem Meditalis angegeben haben, und ich deswegen jetzt das Meditalis so gerne nehme, ja, gibt es noch was besseres in der Führung als Meditalis, schreibt es mir in die Kommentare, guck mal, der hat schon wieder Unlicht dabei, das heißt, da werde ich weiter hier sitzen und schlagen, der greift bestimmt, wenn ich, guck mal, die Ochse ist zum Beispiel, wenn der, wenn der immer Unlicht zieht, dann wird ich mir immer schwarz vorhauen, also, alles, was, muss hier Meditalis richten, hier, guck dir das an, der ist nicht voll, wir haben schon den zweiten, deswegen, das ist unglaublich, Meditalis ist halt einfach, hat eine, coole Hose an, das ist das, worauf es in der GPL ankommt, wer die coolste Hose hat, wollen wir es mal durchgehen lassen, wir lassen es mal einmal durch, weil jetzt ist der Sack zu, Säurespeier, macht sogar gar nichts, also, sehr gut, dass ich das so gemacht habe, habe ich mich mal was getraut, und dann so, 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 da kommt ein Pflanzen-Pokémon wieder, da wäre es jetzt wieder super gewesen, da Eishieb drauf zu machen, habe ich jetzt verschwitzt, puh, was machen wir jetzt, eigentlich müssen wir mit die Oxys ran, weil da, der hat noch zwei Schilde, da Eis durchzukriegen, von, ähm, von Azumarill ist halt, ist eine Kunst, kriegt man nicht hin, also, Azumarill geschützt lassen, lieber Deo Schiss rein, und gucken, was passiert, ein Schild ist schon weg, gut, das heißt, wir werden auch ein Schild nehmen, und so, so schlimm sieht es doch gar nicht aus, wir schilden uns jetzt gegenseitig um die Wette, Blattgeisel, der stimmt gleich direkt nochmal ein, Welsar, oh mein Gott, jetzt habe ich auf, Scheiße, dann komm du halt mal, mit deinem komischen Bodenanteil, jetzt habe ich schon reingewechselt, jetzt hätte ich fast aufs Schild gedrückt, im Vorbeigehen, ich wollte jetzt gerade nämlich Elektro machen, auf den, das total sinnlos ist, ich dachte so, ein Fisch, schnell Elektro drauf, hat ja Wasser, aber der hat ja auch noch, neben seinem Elektro, hat er ja, äh, Boden, und deswegen hätte das Elektro gar nichts gemacht, also mussten wir eh auf was zu machen, der jetzt hier die Schlammbomben frisst, aber wahrscheinlich gleich von, ja, schildet der, schildet der nicht, also wenn er schildet, und ich ihn durch die Quick Moves besiege, mein eigenes Schild einsetze, er hat immer noch sein Schild übrig, das wird so nix, aber ich muss trotzdem, der muss durch die Quick Moves jetzt down gehen, und ich nehme meinen Eisstrahl mit, und dann auf Bisa Sam, und Bisa Sam wird schilden, und dann, was ist das, leider, Gottes, ich glaube ich verliere, lass den mal durch, schildet natürlich, keiner hat mehr Schilde, ich habe noch hier, einen Prügelknaben habe ich noch dabei, oh Mann, da vor mir, angreifen, schießen, schilden, so, das war's, das war's, okay, das war's, ja, wir brauchen eh noch ein zweites, ein viertes, fünfer Match dann danach, also, solange ich jetzt abwechselnd gewinne und verliere, passt das aber, man muss bedenken, ich kann ja nur fünf spielen, ja, fünf Sets, dann ist ja das Limiterreich, und in diesen fünf Sets, müssen die, kommen, die müssen kommen, Meditalis und Flunschlik, den habe ich doch gern, so, genau, das passt schon mal, habe ich mir wieder nicht gemerkt, was der für Moves macht, ich glaube, der hat vorhin was gemacht, was mich kaum getroffen hat, was total billig war, deswegen lassen wir's mal durch, oder war das das andere Flunschlik, Lehnbrühe, jo, sieht gut aus, also, weiter, geh die wilde Fadir, guck dir das an, wir hauen auch nochmal drauf, jeder andere hätte wahrscheinlich sich den jetzt aufgespart, aber, er schildert, und wechselt trotzdem, ist jetzt auch mit Meditalis da, meins ist ja aber schon gestärkt, also Meditalis gegen Meditalis, kann mich das jetzt überraschen? Eigentlich nicht, wir sind eigentlich viel stärker als er, wir könnten uns das doch jetzt zunutze machen, und so ein LKW-Rennen veranstalten, und gegen seinen Flunschlik, könnte ich ja immer noch mein, äh, Dioxistan nehmen, oder nicht? Er setzt sich auf Psychokinese, wir nicht? Wir knallen uns einfach weiter hier durch, total monoton und, äh, engstirnig, steiger, 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 überholen wir ihn, wir überholen ihn, oder? Dann haben wir noch einen Steigerungssieb, also das sieht gut aus, Los, 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 Fäll da? Er fällt? Flunschlik zurück? Lichtkanone? Hm, ich hol mal Dioxys rein, so, hau mal zweimal drauf, es wäre eigentlich auch zu Marill gegangen, kommt drauf an, was er halt jetzt noch hat, ah, passt perfekt, er hat noch einen Walreiser übrig, das heißt, Konda, super, Dioxys, beste, und jetzt können wir hier gemütlich den Rest machen, äh, warte noch ein Schild, ich habe aber auch noch ein Schild, würde ich auch gleich nutzen, einfach so zur Sicherheit, und wenn dann der nächste Steinhagel voll ist, dann ist er eigentlich auch weg, das passt, und das, obwohl er einen Shiny hat, ja, wir haben letztens extra nochmal getestet, weil im Chat jemand, Datenschutz dürfen wir den Namen nicht nennen, jemand behauptet hat, dass Shinies stärker sind in der GBL als normale, dann haben wir extra das gleiche Pokémon genommen, mit 100% EV, der eine hatte einen Shiny und der andere nicht, wir haben die gleichen Attacken genommen, haben gleichzeitig auf uns drauf gehauen, nur mit dem Quick Move, und wir sind beide gleichzeitig umgefallen, also Shinies machen nicht mehr Schaden, wie normale Pokémon, die sehen nur anders aus, also, immer wenn ihr hört, dass irgendjemand irgendwie sowas behauptet, oder verbreitet, schreitet gleich ein, packt den in den Sack, und schnürt den zu, bloß nicht, dass sich das verbreitet, Shinies machen nicht mehr Schaden, Shinies machen genau, EV sind EV, Werte sind Werte, wenn das 15 Angriffe hat, und das hat 15 Angriff, dann hat ein Shiny nicht 16 Angriff, das hat trotzdem 15 Angriff, wenn es 15 Angriff hat, und wenn es 13 Angriff hat, oder 12, oder 5, oder was weiß ich, EV sind EV, die Werte sind Werte, die Werte seht ihr, wenn ihr bewertet, alles andere ist, äh, Humbug, und Unfug, lasst euch da nicht reinreden, so, Mitchell, 108, Meditales Traunfugil, uuuh, Eis am Stiel, das ist sehr effektiv, ich glaube, ich verliere, das Taubsee trinkt Bier, hm, so wie es jetzt ist, könnte es eigentlich auch bleiben, also ich sehe, dass das Meditales halt, dadurch, dass das natürlich, mit seinem Zweittyp, einfach robust ist, gegen fast alles, he he, jetzt greift er aber an, ich lasse das jetzt mal durch, ich muss ja eh noch ein nächstes, äh, äh, die nächste Dings noch machen, also ist ja wurscht, können wir jetzt auch einfach so stehen lassen, so, jetzt hätte ich eigentlich auf Eis drücken wollen, aber irgendwie, ist mein Finger rechts hängen geblieben, und hat halt wieder, Steigerungssieb genommen, aber er hat abgewehrt, wow, was hat er das denn jetzt gemacht, das heißt, jetzt würde ich aber mal auf, äh, Azumarill gehen, ein bisschen nass machen hier, los, wird was, Rückkehr macht er, ist Rückkehr so stark, Azumarill hält doch viel aus, wenn er jetzt da auch Rückkehr macht, wie, wie viel zieht's da ab, ja gut, weniger als die Hälfte, das, das ist okay, das passt mir, ich würde sogar jetzt warten, ob ich den so runterkrieg, ja, ohne dass ich noch was verbrauch, und was haben wir jetzt, ein, Kampf, nehmen mal Knuddler, gucken, ob's durchgeht, ansonsten Schilde da, und hat sein zweites Schild weg, das, okay, zweites weg, aber wir haben gleich wieder einen Knuddler, mh, jetzt würde ich hier ein Radikal rein, Radikal, da können wir auch Dioxys reinholen, und können einfach draufhauen, oder, komm, wir wechseln auch mal, wenn du so machst, mache ich auch so, bam, 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 schlag dir die Zähne aus, so, und jetzt kommt das Zähne Klaus, nehme ich das, und da werfen wir Steine drauf, fertig, der hat keine Schilde mehr, ich hab noch eins, mindestens, hab ich vielleicht sogar zwei, ne, eins, ich hab so, ha, ich hab noch zwei Schilde sogar, okay, 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 ja, nutzt man halt mal eins, oder, vielleicht schaffen wir es sogar mal, unseren, äh, Elektromove voll zu machen, und mit Elektro, dass wir das einfach mal gedrückt haben, das abzuschließen, seht ihr, hätte ich Steinhage gemacht, wäre ich fertig, Elektro hat einfach ganz lange, viel mehr, länger gedauert, als das normale, das kann in den richtigen Matches natürlich alles kosten, und entscheiden, also hört auf, die gelben Blitze aus den Wolken zu sammeln, sondern nehmen die feste, wie sie kommen, also feiern die so wie, ja, eine Stunde noch, 14.1, ich muss mich jetzt hier ranhalten, 15 Uhr beginnt mein Stream, ist das fertig, das ist fertig, wir haben wieder, vier von fünf gewonnen, oooohh, 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 meditalis hier aus der GBL, pupsi, zack, gleich ein Gewinnspiel draus machen, wenn ich mal ein shiny Buffels verlos, frage ich einfach, welches shiny gab es in der letzten Ramses Minusfolge als Belohnung in der Go-Kampf-Liga, aber dann schreibt das einer rein, und der Rest kopiert das einfach, und dann, naja, egal, shiny Medity hier mitgenommen, also das können wir leider so nicht machen, tü 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 tü, und ein neues Fünfer-Set, aber wir brauchen ja nur noch zwei Kämpfe, machen wir nach zwei Schluss, oder ziehen wir nochmal fünf durch, je nachdem, die Folge ist bei 54 Minuten, das ist sonst ungefähr so, wie lange das immer geht, oder, ich brauche ja einen Titel, für die, für die Dings, wenn ich schreibe, ich kämpfe, bis ich verliere, oder, ich kämpfe, bis, die Aufgabe fertig ist, das klingt alles dumm, aber ich kämpfe, bis das shiny kommt, das klingt doch cool, oder, so, so musst du das machen, ich kämpfe, bis das shiny kommt, das wäre ein guter Titel dann, da merkt man wenigstens, dass es, um ein shiny geht, also es ist nicht so, dass ich mir jetzt das Zeichen, äh, Ziel gesetzt habe, ich kämpfe jetzt hier, bis ich ein shiny kriege, sondern das shiny war halt jetzt gerade da, und das, nimmt man halt so mit, dann ist wenigstens da, sieht man das da irgendwie, ich hätte jetzt eigentlich hier doch, Eis machen sollen, ich meine, das Ding ist Drache, das Ding ist Flug, beides ist, schwach, gegen Eis, weiß also nicht, was der da macht, wie man sieht, lässt der eh alles durch, oh, die dumme Sonne, also er hat es ja noch kein einziges Mal geschildert, und ich wollte schon zweimal Eis machen, hab es aber nicht, und wenn ich jetzt auf Eis gehe, dann schildert er bestimmt, und gleichzeitig habe ich deswegen jetzt, um zum Eis zu kommen, zwei Schilde verbraucht, wieder richtig dumm, und, er schildert, oh, ist das ein, ich hasse den, ich weiß gar nicht, wen ich mehr hasse, ihn oder seinen Pokémon, eigentlich nur das Pokémon, aber er gibt ihm ja die Befehle, also eigentlich doch ihn, so, das ist aber schön, so, und was machen wir jetzt, was nehmen wir denn zum Schilde rausloggen, lieber das oder das, ich glaube sogar, dass, äh, die Ochsis irgendwie schneller, seinen Steinhardel voll hat, als ein, erzumerillenden Eisstrahl, beides wäre auf jeden Fall interessant, gerade, aber zum Schilde rausloggen, nutzen wir jetzt hier mal, das Dioxis, so, ich hoffe, das passt, da ist was mit Unlicht da, Irokex, Unlichtkampf, was könnten wir, könnte gut passen, okay, 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 obwohl, ne, warte mal, wenn der Unlicht wieder hat, Unlicht macht, Unlicht ist wieder scheiße, ich wechsle mal, ich wechsle sonst nie, aber jetzt muss ich wechseln, wir haben ein bisschen Taktik reinbringen, Unlicht ist doch, glaube ich, gegen meinen, Dioxis tödlich, und deswegen ist doch gut, dass ich wechsle, solange der nicht auch wechselt, und mir zeigt, dass er was hat, was richtig gut ist, gegen das, ist ja alles super, aber Eisstrahl ist auch schon voll, das passt also auch, er ist jetzt tot, die Gefahr fürs Dioxis ist weg, oder sein Schild ist weg, eins von beiden, sein Schild ist weg, und er wechselt jetzt trotzdem, und dann jetzt hat er wieder, geil, er hat, gib mir schnell, nein, er hat Pflanze, aber ich krieg keinen Eisstrahl mehr hin, Blattgeisel, ich lebe noch, und ich bin tot, ja gut, er hat es kaputt gemacht, dann halt jetzt hier, Steinhagel drauf, alles sehr merkwürdig, das wäre so gut gegangen, er hat das, er hat das Schild genommen, er hat das Schild genommen, natürlich, und, schon, steht der im Eisangriff, gegen die Pflanze, nichts mehr im Wege, aber es kommt nicht dazu, weil die Pflanze ja vorher, ihren Move voll hat, und den, meinen Eisstrahl Pokémon, eliminiert, und hier, ist auch alles, es ist, es ist, wenn es gut läuft, hörst du auf, hörst du auf, wieso ist das jetzt rausgegangen, normal gehst du darauf weiterkämpfen, verstehe ich nicht, wieso das jetzt hier raus ist, es hat keine Lust mehr, es zeigt eindeutig, was es möchte, nämlich nichts, also es möchte nichts, nicht, es zeigt nichts, da ist der rote Eiskorb Jens, falls ihr euch da wundert, was das soll, das ist der Jens, zwei, ich brauch doch noch zwei, langsam schwinden meine Chancen, ich muss noch zwei Kämpfe gewinnen, und hab grad einen versaut, das heißt, ich hab nur noch vier, 50-50 Chance, dass ich das grad schaff noch, Alon GL 30, Alon, 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 Meditalis gegen Barrikadax, müsste wieder Vorteil für mich sein, ja, der wechselt bestimmt gleich aus, oder, ja, er wechselt aus, jetzt hab ich natürlich hier schon, wieder reingedrückt, Knogger, kann ich doch, eigentlich, wechseln, so, und jetzt hier Wasser, machen, tun, vielleicht, was hat denn der, Knochenkeule, ja, das macht nix, gut, wir hauen jetzt immer schön mit Eisstrahl drauf, er hat gewechselt, er ist selber schuld, meine zwei Kampf gegen das Barrikadax, habe ich noch übrig, habe ein gutes Gefühl in dieser Runde, so, es wird aber, weil er abwehrt, bin ich der, der auch abwehren könnte, aber nicht bei diesem Pokémon, ich meine, der wird sicherlich noch was anderes haben, als Knochenkeule, vielleicht, Flammen, Rad, Wukuf, Knochenkeule, gut, dann hat er halt Knochenkeule, die ganze Zeit nur, und sonst nix anderes, aber dann hat er wenigstens gleich keine Schilder mehr, Schilde, ihr könnt ja mal sagen, läuft das heute flüssiger, als beim letzten Mal, hat sich das jetzt gelohnt, dass das Handy jetzt hier flüssiger ist, und anders anzeigen tut, Pibi, Pixi, nee, Pixi, nee, doch, Pibi, genau, den brauche ich doch dafür, lass den bitte durch, er lässt ihn gerade durch, bei dem muss ich jetzt alles geben, ich habe nur dieses Pokémon, gegen das, wenn der mich kalt macht, dann war es das, aber er ist gleich tot, richtig stark, wieder ein, Schneeflöckchen vergessen, so, jetzt schildert er, aber wir sind noch nicht am Ende, wir haben noch ganz kurz, ich muss die Ochses reinnehmen, die Ochses hält halt einfach mehr aus, die Ochses hält mehr aus, die Ochses hält mehr aus, so, das Zuru, ach, das Meditalis wäre wahrscheinlich schon längst tot, wir müssen uns jetzt hier durchboxen, bitteschön, du hast kein Schild mehr, Mann, drei, drei Steine ver, verpasst, und jetzt hier bitte den Rest drauf, eins, zwei, drei, vier, fünf, wir lassen es mal durch, wir gucken mal, was er macht, Nachthieb, hey, das ist frei geraden, ich weiß das ja nicht, ich habe das letzte Mal einen Barrikadax gesehen, vor 100 Jahren, oh, der hat das Knocker noch, jetzt, dann drück mal wie verrückt hin und her, damit auch ja kein Stein verloren geht, so, wenn man das nicht nur normal machen darf, dann macht man das halt so, noch drei Kämpfe und noch einen Sieg brauchen wir, 139 von 200, nächster, 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 Jelligang, Jelligang, Jellig, Jellig, gegen Altaria, gegen Altar, das heißt, es bringt nichts, wenn ich auf Kampf gehe, das heißt, ich gehe jetzt hier, diesmal direkt auf Eis, denn wenn er es durchlässt, hat er Pech, glaube ich, und wenn er es schildert, dann schildert er es wenigstens, das andere Zeug sei dann nie geschildert und deswegen machen wir es jetzt einfach so, genau, und um ihn noch besser zu überraschen, würde ich wahrscheinlich jetzt auf, wir nehmen mal eins und machen den Steigerungssieb, nee, wir machen kein Steigerungssieb, wir machen Eis, weil Eis ist ja schon voll, und so wird er ja trotzdem ein Schild verlieren, der zählt nämlich mit, was ich nie mache, ich spiele fair, ich zähle nicht mit, und jetzt würde ich es wahrscheinlich sterben lassen, wenn er vor mir dran kommt, und ja, er kommt auch vor mir dran, nein, ich nehme trotzdem mein Schild, mir ist egal, ich nehme mein Schild, so, und nehme jetzt zusätzlich Eis, jetzt hätte ich doch wirklich wahrscheinlich nicht den Steigerungssieb nehmen können, damit ich jetzt bei dem nächsten Gegner, egal was kommt, einfach besser da stehe, da, oh mein Gott, das ist scheiße, jetzt hätte ich doch auf Eis gehen sollen, auch, damit er schilden muss, denn wenn ich jetzt mit dem, Sumeril reingehe, das ist, und er hat noch ein Schild, das wird ja wieder nichts, ach Ramses, du siehst doch selber, wie man es besser machen kann, warum machst du es denn dann nicht einfach besser, das heißt, ich muss jetzt mit dem Dioxis rein, und jetzt hat er auch noch eine gegnerische Attacke und ich habe kein Schild mehr, aber Pflanzen, nichts gut ging, Mixing Dia, Flora Statue, wuuu, fast tot, krass, hauen wir mal drauf, ich könnte auch einfach schnell aufgeben, dann bin ich schnell fertig, aber manchmal hat sich das Blatt noch gewendet, sagen wir es mal so, dieses wird sich nicht mehr wenden, dann erscheint immer noch ein Pflanzen-Pokémon gegen mein Wasser-Pokémon übrig, und dann hat er auch noch Flora Statue, was halt einfach innerhalb von 5 Sekunden voll ist, es ist schon voll, uuuu, 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 guckt euch das an, ich brauche es jetzt gar nicht zu probieren, der ist gleich wieder voll, bis ich drankomme, siehste, ich bin voll, hab eingeloggt, aber er kommt eher dran, Mann, und ich werde nie erfahren, was ein letztes Pokémon war, noch zwei Kämpfe, und ich muss noch einen gewinnen, also wieder 50-50, Pupsi, Rang 5 ist uns sicher, auf jeden Fall, wenn wir danach noch einen gewinnen im nächsten Set, und gleich alles verlieren, sind wir auch schon Rang 6, man freut sich, das ist, nein, das ist, man muss ja nicht unbedingt mehr als, als sein muss, ne, so, Meditalis und Quack, so, der Quack Salva, keine Ahnung, was der hat, Meteorologe, okay, ja, lass halt durch, das heißt, der wird jetzt jedes Mal vor mir drankommen, wahrscheinlich, ansonsten hat er ja gar keinen Schaden großartig gemacht, wir werden uns jetzt da ein bisschen rantasten, so, 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 schnell, 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 mehr, 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 Leute, ja, einmal geht noch durch, gefühlt haben die alle immer nur eine Attacke, könnte man denken, so, jetzt nochmal, so, klatsch, jetzt, bam, bam, schnell, und er kommt natürlich wieder vorher dran, ich nehme jetzt mal ein Schild, ne, das reicht mir nämlich jetzt, und dann ist bestimmt gleich Eisstrahl voll, für das nächste Pokémon, was kommt, und das nächste wird sein, was, ein mit, oh Gott, Gift und Boden, da werde ich jetzt mit Eis, äh, nicht so weit kommen, aber, wie ich gerade sehe, komme ich irgendwie mit gar nichts weit, also holen wir dann einfach Azumarill rein, könnte ein Match sein, was ich verliere, da war der einfach noch zwei, der hat sein Schild genommen, Azumarill, zeige mal, mach mal so, mach mal diesen, Azumarill, der ist, der ist stark gegen dich, hör auf damit, was hat der, Gift, ich lasse mal durch, wenn man noch viel Energie, Giftzahn, Au, Hamann, jetzt muss ich es aber nehmen, weil der mit, wenn der jetzt nochmal dasselbe macht, oh, Verteidigung sinkt, okay, dann nimm halt dein Schild, oder nimm es nicht, auf jeden Fall bitte stirb, entweder so, oder nach dem Schild, er nimmt sein Schild, und stirbt er trotzdem vielleicht, ne, der hat seinen Giftzahn bestimmt wieder so ewig schnell voll, aber er hat nur noch ganz wenig Energie, aber er hat auch einen Pokémon noch mit voll, mit voll drin, mit voll Fett hat er noch, das heißt, wir dürfen keinen Charge Move einsetzen, kommen eh nicht dazu, und haben vielleicht dann einen Charge Move, für das letzte, wir haben noch Elektro und Gestein übrig, was wird das letzte sein, Giftzahn, bitte nicht die Verteidigung kaputt machen, Verteidigung ist kaputt, und es ist ein Knocker, es ist ein Knocker, ein Alola Knocker, das müsste doch jetzt Fett treffen hier, aber wir brauchen noch ein zweites, der hat bestimmt nur Knochenkeule, hör auf damit, hör auf damit, hör auf damit, hör auf damit, nein, meins war voll, meins war doch voll, Spukball, tschüss, das Diox ist nochmal gewunken zum Abschluss, noch ein Kampf, und ich brauche noch einen Sieg, würde es das alles entscheidende Kampf werden, werden wir es schaffen, ich weiß es nicht, es macht mich so schade, so, Super Sani, vier, Gegner wird gesucht, der ist bestimmt Rang über mir, merke ich jetzt schon, Kampf beginnt, mit, naja gut, John Blanco Baron, Meditalis Pixie, fängt er schon mal blöd an, muss ich schon mal wieder wechseln, mach mal schon mal hier, wechselt er bestimmt hinterher, nee, er lässt, doch, er wechselt, er hat, Boden, und Wasser, da war ich vorhin gut mit meinem, äh, Meditalis, glaube ich, äh, was nehme ich hier, wieso wäre der eigentlich ab, soll ich jetzt Knudler nehmen, ich mach auch mal so, was macht der Schlammbombe, Fischmaul, Schlammbombe, wenn du so machst, mach ich so, aber ich brauche das Pixie eigentlich, ja, ich brauche das Fick, Fick, gegnerische Attacke, ich muss ja, ich muss ja, ich muss ja, jetzt hat es bestimmt schon wieder den Eisstrahl eingenockt, ja, jetzt, jetzt wäre ich auf Knudler gegangen, einfach mal so, um zu gucken, das zieht jetzt bestimmt nichts ab, doch, also nein, meine ich, es zieht nichts ab, aber wenn der zweimal energisch den Eisstrahl abwehrt, dann heißt das doch, er hat Probleme mit dem Eisstrahl, oder, kann man das so deuten, ich nehme jetzt einfach mal den hier, und hau schnell da drauf, in der Hoffnung, der holt das Pixie zurück, und auf das Pixie kann ich dann den Eisstrahl machen, vom, von dem anderen Ding, hier, das ist auch nicht viel, wir können jetzt aber so tun, vielleicht können wir jetzt sogar schon einen Eisstrahl, also einen Eishieb, bei ihm hier versuchen mitzunehmen, und dann auch aufs Pixie zu knallen, wenn das Pixie wieder reinkommt, das muss ich überleben, ich muss das überleben, und gehe dann mit Eishieb auf das Pixie, und falls ich doch sterbe, habe ich noch vom, vom Azumarill den Eisstrahl übrig, also das müsste funktionieren, holst du Pixie rein, hol Pixie rein, bitte Pixie, nein, er holt, ach, er holt Flunschlik rein, der fällt nicht drauf rein, jetzt habe ich gedacht, ich habe einen guten Plan, und ich sehe, habe ich doch gar keinen Plan, irgendwie, so, aber egal, wir sind ja jetzt gut hier, mit unseren Kampfattacken ausgerüstet, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich irgendwie eine Strategie hatte, die komplett sinnvoll war, die aber halt nicht aufgeht, weil er gerade da einen Strich durch die Rechnung macht, naja, egal, Steinhagel, dann müssen wir jetzt sowieso, das reinholen, weil es eben Kampf hat, und falls er auf die Idee kommt, zu wechseln, sofort aufs, Azumarill rüber, aber er wechselt nicht, er lässt sich sterben, tun, es muss auf jeden Fall, der eine Eisstrahl, dann ausreichen, um den Rest zu machen, Pixi, da Elektro machen sollen, das hat halt noch volle Energie, das muss jetzt klappen, das muss jetzt klappen, hier, mach mal da, ein bisschen so, hau mal noch ein bisschen drauf, leiste etwas Widerstand, bitte, komm, du kriegst nochmal deinen Steinhagel voll, sogar, ja, Mann, vielleicht brauchen wir auch das Azumarill, gar nicht mehr, wenn du so weitermachst, oh dear, oh dear, good boy, oh dear, UA, tot, 15, der letzte Kampf, von diesem Set, aber der 15. Sieg, oh mein Gott, wir haben es geschafft, Hupsi, wir haben es geschafft, gemeinsam, und wir können wieder, ach du meine Fresse, ich kann nur zwei Dings abholen, ich habe nicht mal die Pokémon Belohnung, hmm, aber Rang 15, ich kämpfe bis das Shiny kommt, fertig, Titel für dieses Video, das sieht leicht aus, ne, das mache ich aber nicht, ich gehe jetzt hier raus, ich gucke jetzt mal kurz hier rein, das können wir nämlich jetzt abholen, dann können wir ins nächste Kapitel, von Pupsis Forschung, hier gibt es auch Staub überall, hier gibt es, ähm, 10, Kampfpässe, ach, deswegen wolltet ihr das, habt ihr das, 10 Premium Kampfpässe, richtig brutal, oder, die Level 50 Forschung, und hier, verdiene 50 Bonbons, durch Spazieren mit deinem Kumpel, entwickle 50 Bonbons, äh, Garagenboss, ein Garados rein, hier dieses 100er, das braucht nur 1 Kilometer zum Laufen für ein Bonbon, jetzt hängt es wieder ultra, mega, brutal, das Handy, hinterher, tun es, so, und damit kann sie jetzt laufen, 100, du bist dran, braucht 1 Kilometer, und ansonsten würde ich sagen, war es das, von meiner Seite aus, wir haben ein Shiny bekommen aus der GWL, dieses nette Medi-Tea, das ist doch cool, oder, hat es euch gefallen, schreibt es mal in die Kommentare, äh, ob ihr gerne Ramses Minus guckt, ne, ich bin mir nämlich immer unsicher, wir haben eine lange Pause gehabt, jetzt haben wir letztens wieder Ramses Minus rausgebracht, die Aufrufe sind halt nicht die höchsten, es ist nicht das, interessanteste, wohl auf dem Kanal, aber, ich glaube trotzdem, das zeigt einfach viel von mir, gerade wie ich das spiele, und wie ich dabei einfach, voll in der Materie bin, ist halt, persönlicher, als wenn man da, den ganzen Tag nur, Raids hostet, stundenlang, so, ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, vorhaut euer Ramses, was ist das letzte Shiny, was ihr aus der GWL bekommen habt, oder habt ihr überhaupt schon mal einen Shiny aus der GWL bekommen, ciao,